Musik In diesem Sommer wurden die besten Fußballspieler Europas gesucht. Es wurden bei den Olympischen Spielen die besten Sportler in ihren jeweiligen Disziplinen gesucht. Und wir suchen jetzt den besten Skatspieler Deutschlands. Und damit herzlich willkommen zu den Skatmasters 2012. Mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen, dass wir das 2011er-Finale ausgespielt haben. Aber es ist tatsächlich schon wieder ein Jahr vergangen. Und wir sind wieder in Berlin, in der Hauptstadt, im Hotel Maritim Tiergarten. Über 140 der besten Online-Skatspieler Deutschlands haben sich hier zusammengefunden, um die besten drei und dann im großen Finale den besten unter sich auszuspielen. Insgesamt werden hier heute 100.000 Euro an Preisgeld ausgespielt. Der Sieger allein nimmt 25.000 Euro mit nach Hause. Allein an diesem Wochenende insgesamt 100.000 Euro. Macht das auch so einen gewissen Reiz aus? Ja, das ist für mich sowieso faszinierend, dass bei so viel Geld die Teilnehmer eine derartige Ruhe trotzdem behalten, dass sehr fair miteinander umgegangen wird. Ich erlebe das auch an manchen anderen Stellen, gerade im Kneipenskat. Da geht es manchmal recht ruppig zu. Das ist hier, das erleben wir überhaupt nicht. War es denn schwierig für Sie, sich wieder für das Finale hier zu qualifizieren? Nein, ich habe völlig Glück gehabt. Gleich im ersten Turnier habe ich das Turnier gewonnen und war heilfroh. Was fasziniert Sie an diesem Sport ganz besonders? Ja, das logische Denken. Das ist ein Spiel wie Pokern oder sonstiges, kann man auch ein bisschen logisch aufbauen, aber es galt halt mehr. Also kann man mehr mit Können erreichen. Können und Glück muss sich natürlich irgendwo harmonieren. Sie haben vor vier Jahren als zweiter im Skatmasters 15.000 Euro gewonnen. Viel Geld insbesondere für einen jungen Mann wie Sie. Was haben Sie damit gemacht? Da habe ich mein Studium finanziert damit. Also das ist sehr gut angelegt worden und ich konnte Sachen machen, die normale Studenten nicht machen konnten. Zum Beispiel? Nach Florida fliegen. Wenn Sie selber schon mal bei einem Skat-Turnier gewesen sind, dann kennen Sie das Phänomen wahrscheinlich. Nur weil einer ausgeschieden ist, heißt das noch lange nicht, dass er aufhört, Skat zu spielen. Und so laufen denn hier hinter mir auch noch jede Menge Privatrunden. Die Vorrunden und das Halbfinale allerdings, die sind gespielt. Die Finalisten stehen fest und das sind sie. Sie sind im Finale, das heißt 10.000 Euro haben Sie schon mal sicher. Haben Sie sich dann daran an den Gedanken schon gewöhnen können? Nein. Ich habe also einen Arbeitgeber, mit dem ich auch befreundet bin, der also gesagt hat, okay, bis zu der und der Summe unterstützt er mich im Laufe des Jahres unter der Voraussetzung, er kriegt so und so viel ab. Aber das ist ein Detail, das klären wir beide unter uns. Das heißt also, egal wie viel ich gewinne, es bleibt nicht alles meins. Bei weitem nicht. Den dritten Platz haben Sie sich schon mal sicher. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich fantastisch. Ich kann gar nicht sagen, wie überwältigt man es, überhaupt mal dahin zu kommen, wo man jetzt ist. Es kann eigentlich gar nicht mehr viel schief gehen. Das Halbfinale lief, glaube ich, ziemlich gut für Sie. Ja, bis zur Hälfte der Serie war ich auf Platz 3. Dann wollten zwei von meinen Gegenspielern gerne eine rauchen gehen. Und danach hat sich die Karte gedreht, zu meinen Gunsten. Und im Endeffekt hatte ich dann die Nadel vor. Sie sind mit der Frau und Ihrer Tochter hier. Was sagen die denn zu Mann und Papa? Die sind überglücklich, die haben Luftsprünge gemacht. Und ja, Wahnsinn. Ab wann haben Sie gedacht, jetzt könnte es klappen? Das war sehr, sehr knapp. Ein Gegenspieler von mir, der hat die ganze Zeit geführt, praktisch in den letzten vier Spielen konnte ich ihn einholen. Und mit dem letzten Spiel hätte er das Platz nochmal wenden können, hat es aber dann Gott sei Dank nicht geschafft. Und wie gehen Sie jetzt ins Finale rein? Eher entspannt, weil Sie sagen, ach naja, da kann jetzt nicht mehr viel passieren. Oder ist da schon ein gewisser Ehrgeiz zu sagen, also besser geht noch? Ich bin absolut entspannt. Ich werde entweder die 10 oder die 25 gewinnen. Das ist mein Ziel. Sprechrisikorhaft. Und damit nochmal herzlich willkommen jetzt aus der Moderatorenkabine. Bei mir ist jetzt Wolfgang Schutsch vom Deutschen Skatverband. Hallo Wolfgang. Hallo Andreas. Und wir werden versuchen, Ihnen dieses Skatmasters-Finale so gut wie möglich nahe zu bringen. Wir springen natürlich gleich ins Spiel Nummer 1. Wobei der Sprung nicht sonderlich groß ist, denn damit geht es ja logischerweise los. Sie sehen hier unsere drei Finalisten noch einmal. Wir haben sie Ihnen eben schon etwas näher vorgestellt. Und Sie sehen, dass wir Ihnen alle Blätter der Finalisten unten angezeigt haben. Oben in der oberen rechten Ecke von Arnoldsblatt sehen Sie zudem noch den Skat. Und jetzt verfolgen wir erstmal das Reizen. Das ist hier eine sehr giftige Kartenkonstellation für ein erstes Spiel. Wenn man in ein Turnier geht, Ludger mit drei Buben, Kreuz, Pieck und Karo, sehr aussichtsreich. Und hofft natürlich bei knapp über 24 ans Spiel zu kommen. Wird ihm von Arnold verwehrt, der hier sehr aggressiv einen vermutlich Pieck reizt, aber mit der gefundenen Kreuz 7 auf Kreuz umschwenken muss. Muss er oder hätte er den Pieck auch spielen können? Natürlich kann er den Pieck auch spielen. Er könnte auch ein jegliches anderes Spiel machen. Aber der Kreuz ist hier schon aussichtsreich zu gewinnen. Aber wenn wir in die anderen Karten gucken, das wird dünn. Natürlich vier Trümpfe auf Ludgers Seite gegen sich. Davon die beiden obersten Buben. Und der Karo-Bube auch noch. Also drei sehr starke. Wir schauen uns mal den Spielverlauf an. Aber gerade dieses erste Spiel ist sehr von der Taktik bestimmt schon. Wie ich mich erinnern kann, sagt er auch Arnold. Er wird entweder Erster oder Dritter in dieser Runde. Und er greift schon an. Noch ein Hinweis für Sie, liebe Zuschauer. Rechts über den Karten von Ludger sehen Sie zum einen die Spielnummer, damit Sie immer auf dem Laufenden sind. Dann sehen Sie einen roten Punkt. Das ist jeweils die Punktzahl des Alleinspielers, die dort angezeigt wird. Und der graue Punkt ist die Punktzahl seiner Gegner nach dem jeweils letzten Stich. Sie sehen, dass Arnoldsfeld rot unterlegt ist. Er ist also der Alleinspieler. Und über Arnoldsfeld sehen Sie das Blatt bzw. die Farbe, die er spielt, nämlich Kreuz. Sie haben also jederzeit das gesamte Spiel im Blick. Die Herzdame und der Karo König sind die Karten, die Arnold gedrückt hat. Und hier nimmt das Unheil schon seinen Lauf. Ludger zieht dem Arnold die Trümpfe ab, zeigt er auch gleich mit dem Peak-Boom an. Ich meine, von der Reizung her war es klar, dass er alle Stiche abzieht, sodass Martin jetzt sein Karo Ass hochhält, um, wir sagen, eingespielt zu werden. Da passiert es auch schon, Karo Siem. Und Arnold wird sein Spiel mit den bisher eingebrachten 41 Augen verlieren. Bei der Kartenkonstellation hatte er keine Chance. Keine Chance. Auch so, wie er gespielt hatte. Eventuell noch der Weg über die gezogene Peak-10-Abstich. Dann hätte er seine Trümpfe nicht verloren. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber lang, lang ist es hin. Und damit sind wir in Spiel Nummer 2. Stellen fest, Ludger hat ein tolles Blatt, nur leider keine Buben, Wolfgang. Passant, passant. Und Reiz trotzdem. Hofft natürlich, was Besseres zu finden als 2 Achten. Die verbessern sein Blatt jetzt nicht unbedingt nennenswert. Aber wie in Spiel 1, eine sehr giftige Kartenverteilung. Allerdings diesmal umgekehrt. Arnold mit den Buben ist jetzt etwas vorsichtiger geworden. Wollte vermutlich den Herz mit 2 nicht reizen. Oder einen eventuellen Null-O-Wehr. Kann er nicht sehen, dass er den bekommen hätte. Aber Ludger mit 6 vollen, 3 mal Ass, 10. Findet nun Kreuz-Dame dazu. Drückt schön aus der Mitte heraus 13 Augen in Karo. Und spielt Kreuz ohne Sechsen. Also das heißt... Mit 3 Trümpfen auf der Hand. Mit 3 Trümpfen ohne die 6 höheren Trümpfe. Den Boom, Kreuz-Ass und 10. Beginnt auch offensiv das Spiel. Fordert die Trümpfe. Die König wird blank angespielt. Der hat 28 Augen eingebracht. Mit den gedrückten. Wieder Trumpf. Die Gegner müssen kommen. Extrem risikoreich natürlich. Würdest du Skatspielern empfehlen, so vorzugehen im Normalfall? Dieses Spiel hätte ich auch gereizt. Sicher. Er, Ludger, hatte mit Sicherheit auch im Kopf gehabt, erst mal über den Null-Reizwert, die 23, zu heben. Und dann sagen, na dann ist der andere eben stärker. Das hätte auch Arnold tun sollen. Dann hätte er lustigerweise einen Null-O-Wehr gehabt. Ja, jetzt wird lang überlegt. Er muss lang überlegen. Arnold vermutet wahrscheinlich den letzten verbleibenden Trumpf, den Herzboden bei Ludger. Nein. Ja, richtig. Verzeihung. Und zieht jetzt da mit seinem Partner den Trumpf aus der Tasche. Und muss jetzt, egal was er spielt, Ludger in die Karte spielen. Und er hat Rest sozusagen. Die Gegner stehen bei 36. Und er gewinnt sein Spiel ohne Sechsen. Mit drei Trümpfen. Das sollte man nochmal sagen. Wahnsinnspiel. Unglaublich gut. Aber auch wieder diese Taktikgeschichte. Aber man sieht, Ludger hat selbst nicht ganz dran geglaubt. Ein bisschen durchatmen musste er da schon an dieser Stelle. Wir springen ein bisschen ins Spiel sechs. Sie sehen, Ludger hat sich absetzen können. Auch Martin hat einige Punkte mittlerweile gemacht. Ludger hat wieder fünf Voller auf der Hand, aber wieder keinen Buben. Diesmal allerdings geht er das Risiko nicht ein. Arnold bekommt einen Buben zu seinem Kreuz hinzu. Hat damit sieben Trümpfe auf der Hand. Die Herz-Sieben, die Pik-Sieben, die wird er aller Wahrscheinlichkeit nach wegdrücken. Und damit, zumal er, wenn ich das richtig sehe, in Vorhand ist, hat ein ganz ordentliches Blatt auf der Hand, Wolfgang. Du nimmst mir hier die Arbeit weg, Andreas. Keine Sorge. Super analysiert. Ja, bislang. Da bleibt noch einiges für dich übrig, glaube ich. So, Karo Bube wird aufgemacht von Arnold. Martin geht natürlich. Drüber hätte ich jetzt fast gesagt, tut er aber nicht, sondern... Eine schöne Idee. Na gut, er hofft natürlich, dass Ludger einen höheren Buben hat. Aber die Wahrscheinlichkeit des Kleinen. Oh, da hätte er den ersten übernimmt. Zumal er zwei, also er hat die Kreuz- und Pik-Buben. Das heißt, Arnold hätte das Spiel ohne drei spielen müssen. Die Wahrscheinlichkeit war nicht sehr groß, dass das gut geht. Aber Ludger beschwert sich ja nur auch schon. Und nun macht er auch noch die blanke Karo 9 auf. Also schlimmer geht's jetzt schon nimmer. Was hätte er stattdessen machen sollen? Herzfassen. Entweder Herz 10 oder Herz 9. Aber da sagt man doch gemeinhin, man soll dem Freunde die kurzen Blätter zuspielen. Das möchte ich jetzt nicht unterschreiben. Nein, er hat ja nur noch einen Trumpf. Und wenn er blank spielt, dann möchte er etwas stechen. Und dafür den höchsten Buben zu opfern, ist einfach Quatsch. Brachte Karo 7. Und das geschieht natürlich auch, er spielt dem Ludger die Karo 10 schwach. Man sagt, der Alleinspieler kann schneiden. Arnold nahm ja den Karo König, stellt somit noch sein Ass hoch. Grauenvoll. Also dieses Spiel hat der Martin schön hingerichtet. Ich möchte mir jetzt nicht ausmalen, so auf die Schnelle, wie es hätte anders laufen können, schon ab Stich 1. Es ist sehr kompliziert. Was macht Ludger, was macht Arnold, was macht Martin weiter? Die Möglichkeiten sind riesig. Also ein garantierter Gewinn für Arnold war es jedenfalls nicht. Warum? Nein. Der Karo wurde nur noch am Bauern zum Stechen. Du hast mir die Karo erst gezeigt. Was habe ich? Herz, das habe ich dir gezeigt. Herz habe ich geschmiert, weil du die Farbe ja gereizt hast. Man merkt, Ludger ist auch nicht sehr zufrieden mit seinem Mitspieler, der Reisebetreuer aus Münster. Und wenn wir ehrlich sind, hat er auch Grund dazu. Auch wieder eine interessante Kartenkonstellation. Drei Buben bei Martin, aber kein sonderlich gutes Beiblatt. So passt er denn jetzt auch. Und Arnold bekommt das Spiel und kommt auch kein sehr schönes Spiel. Nein, keinesfalls. Martin hat erst mal sein Ziel erreicht, die Reizung so hoch zu bringen, dass ein einfacher Herz nicht möglich ist. Alles andere ist ihm, wie wir hier sehen, zu risikoreich. Arnold muss jetzt mit fünfmal Trumpf eine grauenvolle Karte, Asskönig 7 in der Beikarte und eine besetzte 10 auch noch mit dem Bild dazu, Herz spielen. Ohne 4, ohne 4, ohne 4. Und der erste Stich war schon sehr entscheidend. Martin öffnete mit dem Pikönig. Hätte Ludger das Ass jetzt genommen, wäre der Stich der seinige. Wir lassen uns überraschen. Aber man muss dazu ja auch immer sagen, fairerweise, wir haben es leicht. Wir sehen alle 32 Karten auf dem Bildschirm. Die Spieler sehen natürlich nur ihre 10 und müssen dann irgendwie sehen, wie sie damit klarkommen. Und irgendwie interpretieren, was der Gegner, was der Mitspieler mit dieser oder jener Karte gerade gemeint haben mag. Das ist immer ein schöner Satz. Was will mir diese Karte sagen, die dann in der Mitte des Tisches liegt? Habe ich in Deutsch immer gehasst, wenn es dann hieß, was will der Dichter uns damit sagen. Aber beim Skat ist es ähnlich. Man muss sehr viel interpretieren. Es ist ja letztlich auch ein Denksport. Das sollte nicht vergessen werden an dieser Stelle. Hier auch wieder so eine Entscheidung von Martin. Hätte er seine drei Buben behalten, hätte er die drei Trümpfe von Arnold mit nach Hause nehmen können, darunter Ass und 10. Ein sehr, sehr schwieriger Spielverlauf. Er war jetzt, er stand mit dem Rücken zur Wand. Karo 10 wegzugeben oder von der besetzten Kreuz 10 die 8. Er kann es nicht wissen. Sehr, sehr kompliziert. Und da naht das Ende für die Mitspieler diesmal. Ludgerm muss mit Kreuz kommen. Arnold bekommt Herz 10 und zum Kompott die Kreuz 10, 66 zu Hause. Unglaublich. Ohne vier mit nur fünf Trümpfen. Schlechte Beikarte und vier Trümpfe beim Gegner. Und ihr nehmt es mit Fassung. Wir machen ohne Sprung weiter mit Spiel 8. Martin muss natürlich mit Ass 10, Ass 10 in der Beikarte wenigstens Herz reizen. Also ich gehe davon aus, im Kopf hat er erstmal Grang mit einem gefundenen Boom. Das ist ein riesen Grang. Er muss auf 23 auf jeden Fall erstmal reizen. Kommt bei 20 ans Spiel und hat jetzt einen wunderschönen Herz. Mit fünf Trümpfen, hatten wir eben auch, allerdings ohne Dreien. Ass 10, 7 und Ass 10. Super Spiel. Mitnahme, Ludger, Herzdame, Herz 10. Der Spieler ist wieder schön in Mittelhand. Und Arnold eröffnet mit dem hohen Karo König. Karo 10, 9. Wieder Trumpf. Und Ludger hat jetzt... Hätte Arnold jetzt übernehmen sollen, um Martin in Mittelhand zu bringen an dieser Stelle? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, der Ludger. Verzweifelt schon wieder. Nein, ein ganz klares Spiel. Ein guter Spieler spielt seinem Mitspieler niemals eine 10 kaputt. Und mit dem hohen Boom muss der Arnold einfach Kreuz 10 nehmen. Denn die Annahme, Hinterhand, Martin, hat die Möglichkeit zu schneien. Mit der Dame oder dem König ist seine 10 sowieso weg. Und dann kann er mit dem Ludger meckern. Also, ein kleines Geschenk an Martin. Von Arnold, der hätte die 10 werfen sollen, um Martin zum Stechen zu bringen. Dann hätte Martin nicht abwerfen können. Oder hätte er abgeworfen. Ich muss immer drauf. Ich spiel dir keine 10 kaputt. Dann hörst du. Genau das, was du gesagt hast. War das knapp? Das war sehr knapp, ja. Ja. 2. Wir springen in Spiel 11. Sie sehen, Arnold hat sich mittlerweile an Martin wieder herangearbeitet. Martin reizt bis 0. Hätte vielleicht auch noch ein Kreuz reizen können, aber dann hätte er schon sehr gut finden müssen. Er hätte riesig finden müssen. So, schauen wir mal, was Ludger jetzt aus dem Spiel macht. Ja, das wird ein Herz natürlich, logischerweise, mit der Herz 10, die er findet. Danke. Aber hier hatte Ludger jetzt auch so das Gefühl, wir haben jetzt ein Drittel rum. Es muss etwas passieren. Ich stehe bei meinen 344, komme nicht weiter. Jetzt muss etwas passieren. Hätte der Martin übernehmen sollen mit dem Kreuz Buben. Er muss wissen, dass bei Arnold der Pik Bube steht und mit Kreuz König das Spiel mit seiner langen Farbe eröffnen. Wobei man mal dazu sagen muss, rein von der Dauer des Skatspiels her ist Martin natürlich ein Greenhorn geradezu. Der spielt nämlich erst seit acht Jahren, seit sieben Jahren sogar Skat. Und Ludger hat 50 Jahre Skat-Erfahrung auf dem Buckel, Arnold 40. Das sind schon Unterschiede. Dann ist hier schon etwas erklärt. Übrigens, da wir gerade davon sprechen, beim Skat-Masters kann natürlich jeder mitmachen. Es ist ein offenes Turnier, das größte Skat-Turnier der Welt und das höchst dotierte. Und Sie können sich qualifizieren im Internet und vielleicht sehen wir Sie dann ja im nächstjährigen Skat-Masters-Finale wieder und kommentieren dann Ihre gut gespielten Spiele oder vielleicht natürlich auch Ihre Fehler. Das Risiko müssen Sie eingehen. Aber ich denke, wenn Sie erst mal im Finale sind, dann haben Sie ja 10.000 Euro schon mal sicher. Dann kann man auch das Risiko eingehen, sich mal einen negativen Kommentar über sein Skat-Spiel einzufangen, Wolfgang. Die anderen machen es auch immer besser. Immer. So, Arnold sticht hier nochmal ein, aber dieses Spiel wird Ludger relativ bequem nach Hause bringen. Und das setzt Ihnen dann nochmal ein kleines Stückchen mehr von seinen Mitspielern ab. Wir schauen uns gleich auch mal den Zwischenstand nach diesem Spiel Nummer 11 genauer an. Hier ist der Ludger führt mit 434 Punkten, Martin an zweiter Stelle mit 285 und Arnold. hat 284 Punkte. Wir sind gleich wieder da mit dem großen Finale von Skat-Masters 2012. Also bleiben Sie dran. Wir sind zurück beim Skat-Masters-Finale. Schön, dass Sie auch noch dabei sind. Wir haben elf Spiele hinter uns und wie die Spieler den bisherigen Spielverlauf sehen, das hören wir jetzt. Ich habe zwei Situationen gehabt, wo ich das einfach vom Spielverständnis her nicht verstanden habe. Allerdings zweimal gravierende Dinge, wo dann beide Male dadurch das Spiel des Gegenspielers gewonnen wurde, muss ich dann sagen, das muss eigentlich nicht sein. Also zwischen gewonnen und verloren ist die Differenz einfach zu groß. Und wenn nichts kommt, kommt nichts. Also das ist einfach die Sache. Ich sage einfach mal so, wenn ich noch was kriege, werde ich sie zu verarbeiten wissen. Und wenn ich nichts kriege, muss ich da auch mit leben. Das erste Spiel sofort verloren. Dann ging es gut. Ich kann mich nur selber über mich ärgern. Es ist noch alles getrennt. Der erste ist gut 100 Punkte vor mir. Aber jetzt auf Teufel komm raus, einfach reizen. Und die anderen können jetzt Spiele kaputt machen, dass man erst. Ich meine, der Skat, der war eigentlich so gut wie nie zu meinem Vorteil. Das war natürlich in gewisser Weise riskant gereizt. Und das hat dann halt nicht mehr funktioniert. Und dann macht man es weiter. Weil, wie kann ich jetzt noch auf Platz 1 kommen? Indem ich relativ viele Spiele mache und es wird auch so weiter funktionieren oder auch nicht. Nein, ich werde jetzt keine Spiele kaputt reizen. Das mache ich natürlich nicht. Aber wenn ich eine Chance sehe mit meinem Blatt, was ich auf der Hand habe, dann werde ich es natürlich ausreizen. Wir machen direkt weiter mit Spiel Nummer 12. Ludger reizt bis 0. Eigentlich ohne ein 0-Blatt zu haben. Karo hätte er bis 27 gehen können. Warum 0? Eine taktische Reizung. Er hat einen Karo-Eingang mit 27. Die Reizung ist ihm aber zu hoch. Mit Pik König 9 hätte er einen schönen Pik ohne 2 gehabt. Man drückt Kreuz König, Herz Dame und kann einen Pik gewinnen. Aber er trifft nun auf Arnold, der sehr aggressiv jetzt hier rangeht. Nicht nur schon beim Reizen. Und da ist es auch schon passiert. Ein Springerkrank. Ihr Spiel muss einen Boom ausspielen und aus den Gegenkarten müssen die Boom rausspringen. Links und rechts. Was ja in dem Fall passiert ist. Und immer noch schwierig, dieses Spiel jetzt. Er muss rechnen. Wie bekomme ich jetzt meine 61 Augen zusammen? 14 liegen auf dem Tisch. 14 liegen auf dem Tisch. Wir haben wieder den Vorteil, es zu sehen. Herz König darf nicht zu dritt sein. Dann bekommt er die nötigen Augen ein. Jetzt das Herz Aske spielt. Und da fällt ihm ein Stein vom Herzen. Er bekommt seine Herzstiche. Siehst du das kleine Lächeln? Der Mundwinkel verziert sich ganz leicht. Aber da hat er sich schon sehr auf sein Glück verlassen. Von den Karten her hatte er einen einfachen Herz auf der Hand. Und bis 23 hätte er eigentlich gar nicht gehen dürfen. Also hier in der Mannschaft gespielt, völlig unmöglich. Aber es ist ein Einzelturnier. Er will die 25.000. Kann man ihm ja auch nicht verdenken grundsätzlich. Und in dem Fall war Fortuna ja dann auch einmal mit ihm. Beim nächsten Mal klappt es dann vielleicht schon nicht mehr so gut. Wir machen einen großen Sprung auf Spiel 18. Die Spiele, die sie nicht gesehen haben, waren nicht sonderlich spektakulär. Aber Sie sehen, Arnold hat ordentlich aufgeholt und hat Ludger sogar überholt. Führt jetzt mit 590 Punkten vor 548. Was Sie dort gerade gesehen haben bei Ludger, diese Bewegung. Die Karten werden auf dem Tisch erstmal eingescannt, damit wir sie dann alle bei uns auf dem Bildschirm sehen können. Der Tisch ist ein Meisterwerk der Technik, möchte ich an dieser Stelle mal anmerken. Alle Karten sind mit sogenannten RFID-Chips versehen, die dann auf dem Tisch eingescannt werden und dann automatisch ins Bild übertragen werden. Martin kommt ans Spiel, muss auch ein bisschen aggressiv aufspielen, denn Sie sehen es, er ist über 300 Punkte hinter Arnold, dem Führenden. Hat auch auf den ersten Blick mit 4 Vollen und dem Kreuz Buben gar kein so schlechtes Blatt, aber wenn man es sich mal genauer anschaut, Wolfgang, dann ist das eigentlich nur Dreck, was er da auf der Hand hat, oder? Er kippt jetzt erstmal hinten um mit dem Skat. Kreuz Dame 7. Er hat da sehr viel Pech und muss jetzt ein Spiel ansagen und entscheidet sich für einen Grang. Drückt Herz Ass und piekt 10. Und Grauen über Grauen, wir sehen ja die Karten. Hätte er die beiden Zähnen, Karo 10 und piek 10 gedrückt, wäre sein Spiel zu Hause. Aber er sieht das nicht, das ist klar. Deshalb drückt er auf sicher oder versucht sicher zu spielen, Herz Ass und piek 10 zu drücken, in der Hoffnung, Karo 10 nach Hause zu kriegen. Dann gewinnt er auch. Er hatte ja auch, muss man vielleicht nochmal daran erinnern, von der Reizung her keine Chance. Er konnte Kreuz nicht mehr spielen, wenn ich das richtig gesehen habe. Kreuz hätte er spielen können, aber mit 4 Trümpfen. Aber auch wieder schwierig, nein, nicht schwierig zu drücken, die beiden Zähnen, Karo 10 und piek 10 zu drücken, aber dann ist er sehr schwach mit Karo 7 und 8 und nur 4 Trümpfen. Reicht also auch hinten und vorne nicht. Aber jetzt, wenn ein Spiel gewonnen wird, dann ist das ein Krank. Das ging nochmal durch, 55 Punkte hat er, er braucht nur 6, aber... und müsste jetzt noch einen Stich auf Karo 10 machen. Und wenn Arnold und Ludger jetzt hier richtig spielen, das geht schon gar nicht mehr anders, dann bekommt er seine Karo 10 nicht. Arnold müsste jetzt das Ass ausspielen, dann hätte er noch eine Chance, aber selbst dann... Auch dann nicht. Wenn Arnold am Spiel bleibt, Ludger würde mit dem Buben die Zehen wegstechen. Also dieses Spiel ist für Martin definitiv verloren. Und da wir jetzt schon bei Spiel 18 sind, also bei der Halbzeit, liegt er jetzt so weit zurück hinter Arnold und Ludger, dass eigentlich, wenn nicht wahnsinnig viel passiert in den zweiten 18 Spielen, seine Chance auf den ersten Platz zumindest verloren ist. Ich hätte vorher schon gestochen, wenn du keinen Pick abschmeißt. Nee, wo du... Du hast aber 10 bestellt, ich würde natürlich anders wegschmeißen. Du hast 22 gereizt. Ich habe selber zwei Picken mit. Und jetzt schmeißt du, wo ich die Nutsche wegschmeiße. Das treffe ich natürlich gut. Wir haben wieder einen großen Sprung gemacht ins Spiel 24 und Sie sehen, Arnold und Ludger liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Martin weit abgeschlagen. Also der hat mit dem Ausgang dieses Finales nichts mehr zu tun. So viel steht fest. Gerade eben haben sie auch noch die Bewegung wieder gesehen des Einscannens. Das hatte ich Ihnen ja vorhin schon erklärt, dass die Karten mit einem Chip versehen sind und am Tisch eingescannt werden. Und wenn wir uns jetzt die Blätter anschauen, ja, Martin kann Kreuz reizen, Arnold kann Karo reizen. Karo Hans sogar. Was? Wird er auch machen. Vier. Was? Da bitte. 24. Er guckt rein. Dann kann er jetzt eigentlich nur noch Grau spielen. Denn ansonsten mit einem einfachen Karo wäre er ja weit überreizt mit 24. Ich frage mich, was wollte er jetzt finden? Was wollte er jetzt finden? Das Kreuz Ass. Kreuz Ass, ja, und ein Boom, sicher. Und dann muss Karo zehn blank sein, ihm eingespielt werden und dann ist der Gang schwarz. Richtig. Aber jetzt die Möglichkeit, Gang zu spielen, so auch nicht gedrückt. Kreuz zehn, neun, oh jei. Nein, dann hätte ich so gedrückt wie die Karten lang. Pik Dame, Herz neun. Um über die zehn dann noch einen weiteren Stich eventuell machen zu können. Kann natürlich auch sein, dass man die verliert, aber mal sehen, ob die Gegner hier, ja, Ludger nun nicht, aber Martin, die vielleicht die Chance eröffnet, das Spiel noch zu gewinnen, aber das aussieht es los. Martin hat mir auch schon nicht den Pik Buben gezogen, weil er davon ausging, dass klar, jetzt macht Ludger mit seiner Zehen sogar noch den Stich. Klar, Arnold hat ja keinen Trumpf mehr und muss Karo sowieso bedienen. Das ist ja sogar nach Schneider-Gefahr. Na gut, da ist er knapp raus, aber oje, das hat er noch und das war's dann. Er schaut auch, als hätte er sich das ein wenig anders vorgestellt. Wir überspringen wieder drei Spiele. Eins davon hat Martin gewonnen, eins davon hat Arnold gewonnen und eins davon hat Ludger verloren. Also für Arnold ideal, sein größter Konkurrent. Verliert ein Spiel, Martin, der ihm nicht mehr gefährlich werden kann, gewinnt eins und er selbst gewinnt ist eines und zwar gar nicht zu knapp, so dass er jetzt doch einen recht deutlichen Vorsprung schon hat vor Ludger und das bei noch neun zu spielenden Spielen. Und sein Blatt ist passabel, würde ich sagen. Ja sicher. Du guckst rein, jetzt hast du den Skat einsortiert und siehst, ja man kann ein Herz spielen. Wir haben ja nicht hochgereizt, 18, sechs mal Trumpf und in der Ballkarte Ass, König, sieben. Sehr stark. Aber wenn wir jetzt bei Herr, gespielten Herz, in Ludgers Karten gucken, da stehen vier dicke Trümpfe gehen. Schauen wir mal, was passiert. Nur noch fünf Trümpfe für Arnold, vier für Ludger. Zehn drauf, Ludger muss rüber gehen, klar. Tut er auch. Wieder die sogenannte Schussfarbe gespielt, den Gegner Trumpf schwach machen. Schussfarbe bedeutet, eine Farbe zu spielen, die der Gegner nicht führt. So, wenn er mitgezählt hat, musste jetzt der Karo Bu bekommen, dann kommt der Gegner, nämlich Arnold, nur zwei Punkte, nicht vier mit dem König. Schön erkannt, Andreas. Ja nun, hin und wieder. Du merkst, Ludger musste überlegen, was ist gefallen. Ja. Aber seine hohen Kreuzkarten sind nun plötzlich zum Trumpf geworden. Das heißt, er braucht die Gegner nicht mehr einzuspielen. Und nun, bei Arnold stehen die Trümpfe zu zweit und bei Ludger zu zweit. Und Ludger überlegt jetzt, abwerfen oder stechen. muss jetzt überlegen, was er macht. Entscheidet sich wahrscheinlich nochmal für die Pick 8. Für die Pack. Und jetzt steht Ludger wieder vor dem Problem. Abwerfen oder stechen. Das gleiche Spiel wieder und Arnold wird, wir sehen es. Dieses Spiel gewinnen. Er bekommt immer zwei volle von Ludger. Also zwei Karten höheren Spielwertes 10 oder 11. Ass oder 10. 42 hat er jetzt schon, wie sie am Spielstand erkennen können über Ludgers Karten. Egal, was Ludger jetzt macht. Wenn er jetzt Karo 10 reinlegt oder Pick Ass, hat Arnold ein volles mehr. 52 oder 53. Wenn er sticht, muss er eins anbieten, Karo 10 oder Pick Ass. Das sticht Arnold und spielt wieder Kreuz 10. Ludger muss den letzten Trumpf rausnehmen und bekommt den zweiten voll. Man hat Ludger richtig angesehen, wie er verzweifelt nach einer Möglichkeit gesucht hat, noch auf 60 Punkte zu kommen. Aber er hatte, glaube ich, keine. Jetzt nochmal rückwirkend überlegt, die acht Augen zu stechen. Kreuz König, Pick König. Anders wäre es gewesen, hätte Martin in den Kreuz König Karo Ass gegeben. Aber diese Variante war sehr, sehr klein. Und damit sehen wir einen recht deutlichen Vorsprung von Arnold vor Ludger von genau 240 Punkten. Aber es sind auch noch acht Spiele zu spielen, da kann noch einiges passieren. Eins von diesen acht Spielen haben wir jetzt übersprungen. Martin hat ein einfaches Herz gespielt und verloren. Martin ist schon der Masters, genau. Und sowohl Martin als auch Ludger als auch Arnold haben jetzt Karten, mit denen er zumindest mal anreizen kann, würde ich sagen. Auf sicher. Alle beide Arnold. Eine 20er Reizung tut er auch. Hier ist er vielleicht jetzt doch ein bisschen verhalten. Der Ludger, wenn Arnold da über 200 Punkte weg ist, vielleicht hätte er doch ein Kreuz anreizen sollen. Kann man später nur mit den Schultern zucken. Aber Martin hat... Darf ich nochmal zurück? Geht das? Ja. Genau, genau. Auf das. Er wollte wohl Null-Auvert spielen, muss aber ausspielen und er hat keine Karte zum Ausspielen. 7, 9, 10 König. Welche zieht er? Und in Peak 7, 9, 10 Dame, König, ist schlecht, schlecht. Und bitte. Nur entscheidet er sich für den Peak mit 6 mal Trumpf. Einen 7 sogar, ne? 7 Trumpf. Mit 7 Trumpf. Aber Ludger könnte drei Kreuzstiche machen, weiß allerdings nicht, dass die 10 gedrückt ist. Also der Nullow wäre eine Möglichkeit gewesen, wenn Martin nicht hätte ausspielen müssen. So saß er natürlich in der Falle, spielt er die 7 aus, gehen seine Gegner weit rüber und als nächstes kommt die 8 und er hängt in der Falle und spielt etwas Höheres aus, gehen die Mitte 8 drunter und er hat das Ding an der Backe. Richtig. Je nach Kartenverteilung natürlich. Und verlierbar, wenn er nicht ausspielen muss, muss er ausspielen und muss er schon eine Glückskarte treffen. Ja, er gewinnt, Pikkönig ist noch hoch, 59, er kriegt noch bei weitem mehr da, 56 hat er schon. Sicheres Spiel für Martin, wird Arnold relativ egal sein, Ludger kann es ärgern, der hätte, wie du gerade gesagt hast, vielleicht schon etwas aggressiver rangehen sollen. Also ich an seiner Stelle hätte den Kreuz schon angereizt. Vermutlich wäre er nicht rangekommen, da Martin den Pik ohne Dreien sozusagen durchreizt. Aber wenn man Zweiter ist und noch eine Chance auf Gewinn hat, dann muss man schon ein bisschen aggressiver spielen. Da muss er etwas aggressiver ran, so wie Arnold die ganze Zeit gespielt hat. Man sieht es ihm eigentlich gar nicht an, dem 52-jährigen Schreiner aus Groß-Letken, aber er traut sich hier was. Und bislang zumindest wird er ja auch belohnt. Schauen wir mal, was die restlichen sechs Spiele noch bringen. Wir sind wieder gesprungen, jetzt in Spiel Nr. 33 und Sie sehen, Martins Punktestand ist unverändert. Ludger hat ein bisschen was zugelegt und Arnold hat ein bisschen was zugelegt. Und Arnold hat jetzt ein sehr ordentliches Blatt auf der Hand, vier Asse, zwei Zähnen und einen Buben dazu. Er bekommt jetzt noch den Herzkönig zum Herzass. Bei 18 kommt er ans Spiel, kann sich also frei aussuchen, was er macht, kann sich frei entfalten. Er würde auch einen Grang gewinnen, er gewinnt auch einen Grang, ganz sicher, die Gegner müssen alle seine vollen bedienen, er kommt immer ans Spiel, er scheut aber das Risiko ein bisschen. Geht jetzt die sichere Variante mit einem Herz ohne Dreien, er sagt sich, wenn ich dieses Spiel verliere, den Herz, falle ich nicht hinter Ludger, wenn ich einen Grang verlieren würde. Ganz locker also, er wird es auch nach Hause bringen. Die Trümpfe stehen 3-3. Alle drei Herren, die Sie hier sehen, meine Damen und Herren, sind übrigens keine Profi-Spieler, das sind alles Amateurspiele, die sich im Internet qualifiziert haben und das können auch Sie natürlich. Auch Sie können theoretisch beim nächsten Skatmasters Finale 2013 dort an diesem Tisch sitzen und um den Siegpreis von 25.000 oder den Preis des Zweitplatzierten von 15.000 oder den des Drittplatzierten von 10.000 Euro spielen. Spielen Sie einfach mit, qualifizieren Sie sich in einem der zahlreichen Qualifikationsturniere und vielleicht sehen wir Sie dann ja im nächsten Jahr. So wie Arnold, der jetzt allmählich hier einem sicheren Sieg bei seinem Herzspiel entgegensieht, der sogar noch Schneider wird. Ohne drei Spiel 4, Schneider 5 mal Herz 50 plus die 50 Spielpunkte noch mal 100, die er drauflegt auf seinen Abstand zu Ludger, der jetzt in den letzten drei Spielen dann schon ordentlich anstrengen muss, um da noch Erster zu werden. Schauen wir mal, die Skatfähigkeiten hätte er in jedem Fall. Schauen wir noch mal, wie seine Blätter sind. Zwei Krang mit Vieren, die er da braucht. Hier schon mal kein Krang mit Vieren. Nee. Aber er muss angreifen. Eigentlich überhaupt kein Grauen, wenn man es sich anschaut. Also das wird schon... Na, er wird jetzt erst mal reizen. Zumindest auf ein Herz ohne Zweigen gehen und jetzt findet er Herz 10. Also er wird wahrscheinlich aggressiv reizen, denn Arnold wird nichts riskieren mit dem Blatt, hat er auch nichts auf der Hand. Martin hat auch nichts wirklich Überzeugendes. Nun ist er aber schon dran bei 20. Ja. Und nun überlegt er. Für Herz würde es reichen. Ohnehin hätte er auch bis 30 gehen können. Ja, aber er braucht den Krang. Er braucht den Krang. Er muss Krang spielen. Und wenn, wie spielt er aus? Einen Boom oder über die lange Herz-Karte? Ist kompliziert für ihn. Er überlegt jetzt auch noch, wie ist hier zu drücken. Und hat Martin vielleicht einen einfachen Karo gereizt? Dann stehen die Boom auseinander. Ganz kompliziert für ihn. Er hat viele Möglichkeiten zu drücken. Er kann sich Farbe frei drücken. Also zwei Karo oder zwei Kreuz. Er kann die beiden Damen drücken in dieser Farbe. Was er tut? Krang. Und wird mit dem Boom kommen. Kommt mit Herrn's Boom. Arnold überlegt, was ist jetzt hier zu tun? Bild ist Pflicht, sagt man. Martin zeigt sofort an mit der Übernahme durch Peak Boom. Ich habe noch einen. Zieht den Karo Boom ab. Und jetzt muss Arnold Herz-Sieben wegwerfen. Eine komplizierte Sache jetzt. Ihr macht es richtig. Warum jetzt die Herz-Sieben an dieser Stelle? Er zeigt an, du, in Herz kann ich nichts machen. Aber ich führe Karo Ass. Das ist so eine Gegenfarberegelung. Ich werfe. Kompliziert. Ja, wirklich. Absichtlich. Also ich komme schon nicht mehr mit. Aber gut. Unsere Zuschauer werden es verstehen. Aber Martin weiß es auch nicht. Er spielt jetzt die Herz-Karte. Trifft damit die vier Karten bei Lübka. Ass, zehn, König, acht. Und er hat erstmal diese Stiche sicher mit Peak Ass. Die bringen ihm nicht viel ein, die Stiche. Also bringen ihm seine eigenen 14. Und das war es dann wahrscheinlich. Dann hat er das Peak Ass noch. Sind 25. Das reicht bislang noch nicht zum Sieg. Nein, das reicht noch nicht. Aber die Gegner müssen ja jetzt auch Augen dazugehen. Ja, Arnold hätte die Kreuz-Sieben jetzt noch legen können. Aber es hätte... Auch das. Er gibt wieder Punkte dazu. Also Arnold... Hätte jetzt schon Kreuz-Sieben. Ja. Nun kommt er ihm auch natürlich noch entgegen. Ja. Also es reicht Dicke für Ludger. Und nun hat er Rest. Und er holt da ein bisschen auf. Hat er doch. Herz-Sieben reingelegt. Ja, nimm den Herz-Sieben. Ja, nimm den Herz-Sieben. Ja, nimm den Herz-Sieben. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, natürlich. Ja. Aber wirklich sehr weitführend. Ja, weil er doch... Er kann ja doch seinen Ass nicht reintun. Dafür schenkt er doch einen Stich. Nein, klar jetzt. Er behält seine Stichkarte fest. Und zeigt ihm, dass er in Karo keinen Stich machen kann. Warten bitte weiter. Oder in Herz keinen Stich machen kann. Hier der Zwischenstand. Sie sehen, Arnold liegt recht komfortabel vorne. Aber rechnerisch hat Luca durchaus noch eine Chance, ihn einzuholen. Zwei Spiele haben wir noch. Und die wollen Sie doch auf keinen Fall verpassen. Deswegen bleiben Sie dran. Wir sind gleich wieder da. Wir sind wieder zurück beim Skatmasters-Finale beim vorletzten Spiel. Spiel Nr. 35. Ludger hat ein recht schönes Kreuzblatt auf der Hand. Das wird er natürlich auch anreizen. Und Kreuz ohne vier wäre ja schon mal ganz ordentlich, was er da an Punkten einsammeln könnte. Jetzt hat er gerade die Schuhcreme beschimpft, weil er den Kreuz Buben gefunden hat. Und damit ist es kein Kreuz ohne vier mehr, sondern einfacher, was gleich mal 36 Punkte weniger ausmacht in der Endabrechnung. Und er braucht ja die Punkte. Sie sehen es am Punktestand. Danke. Das hat ihm nicht gefallen. Normalerweise freut sich jeder Spieler, der ein Farbspiel machen will, wenn er noch einen Buben dazu findet. Aber in diesem Fall kam es ihm nicht zu Pass. Allerdings wäre natürlich das Spiel ohne den Kreuz Buben noch ein bisschen schwieriger geworden für ihn. Dann liegt wieder eine andere Karte. Liegt beispielsweise ein Ass oder Herz 10. Ist das wieder ein riesen Ding. Oder eine Lusche. Oder eine Lusche. Dann wird es vielleicht sogar noch ein Nullover. Ja. Du siehst aber auch an allem, was Positives. Du kannst die Dinge hin und her schieben, wie du möchtest. Er wird auch gewinnen. Die Trümpfe stehen 2-2. War kein Problem für ihn. Er bringt es nach Hause. Aber du sagtest das schon. 36 Punkte weniger für die Endabrechnung, die dieser Kreuzjunge kostete. So, jetzt wird er die 7 abwerfen. Der Rest ist dann seins. Das heißt, seine Gegner sind aus dem Schneider. Einfacher Kreuz. 86 Punkte mit den 50 Spielpunkten. Bringt ihn näher ran an Arnold. 74, wenn ich dich verbessern darf. Pardon. Genau. Bringt ihn näher ran an Arnold. Aber wird es reichen. 168 Punkte braucht er. Er braucht einen Gang mit 4. Und den hat er nicht. Und den hat er nicht. Er würde ihn genau 2 Spielpunkte nach vorne bringen. Sonst hätte ich noch nicht gewachsen. Und er probiert es auch nicht mehr. Das letzte Spiel ist eingepasst. Und wir haben einen Sieger. Arnold Tix. 52 Jahre alt. Aus Großletgen ist unser Skat Masters Champion 2012 und nimmt die Glückwünsche entgegen. Das ist jemand glücklich. Glücklich ist er. Und da sind unsere drei Finalisten noch einmal. Und auch der zweite und dritte können sich mit 15.000 und 10.000 Euro trösten. Hier sehen Sie noch einmal den abschließenden Punktestand. Und jetzt hören wir mal, wie unsere Finalisten das Finale sehen. Es waren 144 Teilnehmer. Und da über zu bleiben bei den letzten drei, das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig. Man muss Glück haben. Karten bekommen. Und es ist nicht so einfach. Und was machen Sie jetzt mit dem Geld? Eine große Reise? Ne, eine Reise nicht. Das Einzige, was ich machen werde, ich habe vor fünf Jahren Skat gelernt. Mit zwei Skatpartnern. Und die werde ich halt schon zum Essen ausführen. Familie, Frauen und ja gut. Ist natürlich dann noch einiges über und das wird in die Familienkasse gesteckt. Es gibt nichts daran zu deuteln. Wir haben einen verdienten Sieger. Er hat gerade im letzten Abschnitt genau die Karten gekriegt, die er braucht. Er hat mehrere Gangs gespielt, die also völlig zugeschweißt waren, wo es gar keine Chance gibt. Wir sind mehrfach Schneider geworden. Und da muss man ganz einfach sagen, er hat die Karten gekriegt, er hat sie ausgenutzt, er hat sie nach Hause gebracht. Und da kann man nur sagen, Gratulation. Ich finde überhaupt keine Worte. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal hier den ersten Platz erreichen würde. Allein schon mal ins Finale zu bekommen, hier unter den letzten drei, ist schon für mich das Allerhöchste gewesen. Aber jetzt auch noch zu gewinnen, das ist gigantisch. Und wie wird der Gewinn investiert? Wir wohnen in einem alten Bauernhaus. Es müsste aber sehr, sehr viel renoviert werden und wir wollen uns ein neues Anwesen kaufen. Und da können wir das sehr, sehr gut gebrauchen. Und ein bisschen bekommen die Kinder auch noch. Und das war das Skat-Masters Finale 2012. Ich bedanke mich bei Wolfgang Schutz vom Deutschen Skatverband, der mir wieder gezeigt hat, was ich bei Skat alles noch lernen kann. Es war mir ein Vergnügen. Gut Blatt, Andreas. Mein Name ist Andreas Heinzgen. Bis zum nächsten Jahr. Machen Sie's gut!